Hey, hoi alle, ich bin's wieder, euer S.L.A.T. Da bin ich wieder, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Ich hab jetzt den... Ich hab jetzt den Server gewechselt, da das eben so leer war. Ja, ich weiß, ich bin jetzt hier mitten in einem laufenden Spiel rein. Aber ich hab mir gedacht, scheiß drauf, nimm's einfach auf. Ich hab mir jetzt so vorgenommen, keine Ahnung, einfach alles aufzunehmen, was ich tue. Kann ja nicht schaden. Und vor allem, wenn ich meine neue Festplatte hab, dann... Ey, wie viele sind denn das da? Naja, auf jeden Fall kann man, wenn ich meine neue Festplatte hab, dann wird das alles easy gehen. Ähm. AKS. Boah. Ist nur einer? Ne, zwei. Wo, 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 wo. Ach, ich hab die Tastatur geändert, wow. So, ich hab jetzt die Tasten geändert. Hinlegen hab ich auf Steuerung gemacht. Und, äh, krabbeln. Also ducken. Hab ich auf... Komm schon. Hab ich auf C. Komm schon, du Pimmel. Jetzt halt das, ich bin schon wieder hoch. Jetzt kann ich nicht zoomen. Äh, das ist auch ein Bug. Manchmal, wie jetzt zum Beispiel, kann ich keine rechte Maustaste drücken. Dann muss man einmal die Waffen wechseln. Und dann... Dann geht dat. Granate. Hä, besser. Manchmal kann ich alles auswählen. So. Äh, den einen Bombendings haben wir schon kaputt gemacht. Da war einer, oder? Ja, da ist einer. Ey, jetzt kommt man hier nicht. Oh. The charge is on. Das ist schön. So. Das Team, wo ich jetzt drum bin, scheint auch besser zu sein. Kill Assist. Granate auch einen nur Assist. Enemy down. Danke, wenn ich das hab ich da machen. Die sind schon wieder auf. Die sind schon wieder klar. Enemy down. Jawoll. So geht's wieder klar hier. Ein guter Typ ist es immer schön, so auf den Boden zu gucken. Wenn irgendwie... Wenn man dieses taktische Licht drauf hat. Hä? Also, wenn man das taktische Licht drauf hat, ist es auf jeden Fall cool, mal so auf den Boden zu gucken, damit die Leute nicht direkt sehen, dass man kommt, so, ne. Also, wie gesagt, ich hoffe, das taktische Licht, das wird sich noch einigermaßen ändern, weil ich das doch schon ein bisschen sehr überpowert finde. Also, auch wenn es jetzt nur ein Licht ist, ne. Aber, Leute, das ist, äh, wow. Oh, Reflex, oh, ich hab' ein Reflex-Visier. Oh, liegt der da? Das ist immer so cool, hier sind gar keine Spieler, man spielt gegen keine Spieler, man spielt gegen Lichter. Das ist ja wie, ähm, bei Warcraft 3, diese Irrlichter. So, jetzt sind wir oben. Der Typ liegt immer noch da, und ich hab' Granate geschmissen, und? Läuft er weg? Ne, irgendwie nicht. Vielleicht hab' ich auch keine Granate geschmissen, vielleicht war's nur Einbildung. Vielleicht braucht der Server so lange, bis er merkt, dass da eine Granate geschmissen wurde. Was war das denn? Ja, genau, das Problem hab' ich öfters mal. Dass ich mich irgendwo, dass ich irgendwo spawne, bei einem Kollegen. Und ich denk' einfach nicht daran, dass der auch im Krieg sein könnte. Ich, äh... Seh' das alles irgendwie... Wow! Genau so, zum Beispiel. Wenn der da, ne. Das, äh... Ist nervig. So. Aber ich denke, 72 mal, 72, 71 Tode, Tode, können wir uns noch leisten. Schomm. Ach, scheiße. So, lauf schneller, mein Freund. Der liegt immer noch da. Ah, geschafft. Den einen Typen, der da lag, den hab' ich. Komm, komm, Junge, komm. Jawoll. Das ist auch ein bisschen nervig hier. So, der Asset hat's mal wieder gelegt hier. Wow, wow. Da liegt einer. Das ist blöd, irgendwie. Hier ist keine Zeit. Wow. Egal, ich hab' die Punkte bekommen, Bitch. Zwei Punkte fürs Legen, ist nicht schlecht. Aber was ich irgendwie blöd finde, ist mit dem... Da ist kein Timer, oder? Sehe ich den Timer irgendwie nicht. Kann's sein? Naja. So, dann jetzt zu B. B. Enemy down, Bitch. Oh, 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 oh. Rasten hier aber aus, ey. Da war einer. Scheiße, Granate. Ich kann wieder nicht zoomen. Oh, ich darf nicht so weit. Von hinten. Ich konnte eh nicht zoomen. Naja. Dafür, dass ich später ins Spiel gekommen bin, bin ich schon auf der Hälfte. Ist nicht schlecht, ey. Einmal Bombe gelegt. Ja, das hatte ich bis jetzt aber noch nie. Jetzt hab' ich vorhin ein Video gesehen, dass der Typ das angemerkt hat, dass man da, äh... nicht zoomen kann. Also hier... sowas hier machen kann. Äh. Und jetzt plötzlich, äh, hab' ich das die ganze Zeit. Ach, die sind jetzt hier. Scheiße, falsche Richtung. Ey, jetzt muss ich hier noch... Liegt er da. Mhm. Ich dachte, er wär' tot. Also das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das, ähm... Hey, mich hat jemand wiederbelebt. Dass ich das, äh, lange spielen werde. Viele Videos mache. Hier liegt immer einer. Der da. Der liegt eigentlich immer da. Aber warum bin ich jetzt trotzdem gestorben? Ach, durch einen anderen. Der im Haus war. Respect. Scheiße, ich glaub, das Pfeifen ist zu laut. Tut mir leid, tut mir leid, Leute. Ich wollt' nicht so laut pfeifen. Hey. Danke, Mann. So. Jetzt gehen wir mal hier die ganz alte Methode. B5, die Enemie hat die Charge. Over. Scheiße. Da muss man hier auch noch ein bisschen gucken. Also hier in dem Spiel... Das ist, äh, nicht so leicht wie in... Call of Duty hier... Ja, jetzt toll. Jetzt hab ich natürlich grad... Oh, Leute. Jetzt kann ich wieder nicht zoomen. Wenn wir hier sind, ist es nicht so leicht wie in Call of Duty jemanden auf Entfernung zu töten. Natürlich war das grad ein super Vorführeffekt. Aber... Naja. Liegt der! Weißt du, das ist auch Typ... Der... Ne? Die Bombe wird im anderen Haus gelegt. Und was macht der Typ? Chillt hier gemütlich in dem Haus, was überhaupt nichts auszusagen hat. Egal. Ich glaub, ich probier mal... B zu legen. Ich find aber auch ein bisschen blöd, dass er das nicht speichert. Also ich hab jetzt T weggemacht, ne? Dass das nicht leuchtet. Jawoll. Also ich hab T weggemacht, dass das, äh, tactical light aus ist. Und, ähm... Dieser... Und, äh, wenn ich jetzt wieder ein... Wenn ich wieder spawne, dann, äh... Ist das wieder... Ist das wieder da, das taktische Licht? Das find ich irgendwie ein bisschen blöd. Von hinten, mit der UMP. Wo war der denn? Naja. Wenn ich früher ins Spiel gekommen wäre, dann... Jetzt sag mir nicht, die Leute, da haben schon Prestige. Da hat's ganz oben 10. Und dann da drunter 3, 2. Gibt's hier sowas wie Prestige? Und wenn ja, haben die sowas? Meine Frage an euch. Das, äh, ist... Ey! Ist das hier noch? Ne. Leute, wie komm ich denn... Danke. Wenn das wirklich Prestige ist, dann, äh... Ey, wie oft spielen... Wie lange spielen die denn? Ey, wo ist der, bitte? Ach, ey, meine Fresse. Naja, also wenn der... Prestige... Wie... Wie krass sind die denn drauf? So, kaputt. Geh auch raus. Genau. Och, Mann. Ich will nicht, dass die Runde hier vor... Ich will hierbleiben. Ich mag das hier. Ey, Leute. Ich sterbe und sterbe. Ich weiß nicht, ob mich was abgeht. Hoffentlich defusen die. Nein! Nein! Wo sind die denn? Da! Habe ich ihn? Ne, habe ich natürlich nicht. Ich habe natürlich nicht. Haben wir nur... Zehn Kugeln auf ihn geballert oder so. Das ist auch komisch. Manchmal stört man den Dab von drei Sekunden. Und manchmal, äh... Dauert das schon etwas länger. Bindestens haben sie... Ach du Scheiße, dann sind ja gar nichts mehr. Ja, das ist ja gar nichts mehr. Ich kann mich jetzt nicht mehr loben. Jawoll, das ist ja. Ja, ich lobe mich immer selber. Weil mich sonst keiner lobt. Nein, ey. Der kommt da raus und weiß direkt, wo ich bin. Wieso das denn? Ich will auch eine neue Waffe haben, irgendwie. Welches Level ist der? Ihr könnt mir mal gerne hier drunter schreiben, wenn ihr wisst, wie viele Waffen es in diesem Spiel gibt. Das finde ich sehr interessant. Oh, Leute. Also dieses Squad-Spawn-System, das hat auch seine Nachteile. Das muss man sagen. Alter Falter, ey. Jetzt ist man zwar immer schön im Gefecht da. Oh, und jetzt bin ich nicht mehr im Gefecht. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist der Typ gestorben. Ah, jetzt hat er auch gewonnen. Na ja. Mindestens ist der Server hier voller als der andere. 12, 18. Bäh. Wo der Server leerer war, war ich besser. Lance Corporal. One stop. Reflex. Ich glaube, das probiere ich gleich auch mal aus. Rush Winner. Abzeichen. Die ganzen Abzeichen hier. Hier, Reflex. Optisch. Ja, jetzt bin ich bestimmt nicht mehr in dem... Entschuldigung. Jetzt bin ich bestimmt nicht mehr in dem angreifenden Team. Hier, jetzt kriege ich bald eine neue Waffe. Uh, den Launcher. Den kriege ich als Engineer. Hm. Hier, die Waffe soll auch besser sein, die... Aber Sniper ist jetzt nicht so mein... PP 2000. Na, gucken wir mal. Eigentlich sollte ich das dann im nächsten Level sein. Da müsste er einigermaßen hinkommen. Das Reflex-Ding baller ich mir jetzt auch mal drauf. Glaube ich. Probe ich mal aus. Ich bin ja eigentlich ein Fan von diesen normalen Sachen. Ach, scheiße. No Optik. Cobra. Gucken wir mal das. Ja. Deploy. Oh. Nicht schlecht. Wohl das für die Waffe, weiß ich jetzt nicht. Wohl die... Ich weiß nicht, ob mir das so vorkommt oder verzicht die dadurch wenig etwas weniger. Also was ich echt cool finde an dem Spiel hier, ey, das ist diese Jump-Dinger hier so, wie der da so drüberjumpt. Und man kann auch, kann auch während des Jumpen, das kann man auch so... Äh, na toll, jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Also man muss laufen, kann man hier so drüberjumpten und dann kann man da währenddessen noch ein bisschen bei schießen. Das, äh, finde ich echt cool. Das, äh, finde ich.